Im Gebäude sind noch zwei Links von dir. Turbo Links auf der Straße. Ist auch einer. Es sind noch zwei, lol. Einen hab ich von denen. Nice. Und es ist noch ein weiteres Team. Ah, lol bei mir ist einer. Ab gehts. Ab ihn. Von hinten. LOL! Da kommt Bude und auch keiner. Da kommt Bude. Direkt links. Nice. Was ist denn hier auf einmal los, Alter? Ja, warum sind hier so viele? Neues Zetit. Mhm. Ich finish die erstmal, die da alle rumliegen. Ich hab nur noch acht Schuss. Problem. Oh! Die leben wieder. Ich renne wieder schon. Achtung, rechts ist auch keiner. Ja. Ja, fuck. Ich komm mich nicht entscheiden. Nice. Rechts der letzte. Rechts von dir! Ohohoho! Von mir? Nein. Ja, direkt vor dir jetzt. Ich hab kein Material, ich kann nichts machen. Nicht mehr. Oh mein Gott. Nice. Was? Ja, gute Runde jetzt. Liegt an dir. Und Jolie ist deine Schwester oder nicht? Ja. Was jetzt? Das klang jetzt so... Ja. Nee, ist das nicht. Jetzt kenn ich deine Freundin. Na was? Jetzt halt's Maul jetzt. Ich will jetzt die richtige Antwort haben. Ja, und ich bin auch dabei. Der Stegi. Hi. Okay! Wo gehen wir hin? Hier so? Ja, ich würde sagen... Hier so sagst du. Okay. In dem Bereich. Leute. Ja. Du hast keine Ahnung mehr. Stegi! Jo. Da ist du! Stegi! Hi! Stegi! Hi! Stegi! Stegi, was machst du? Wir brauchen deinen Support, deinen positive Spirit. Ich bin da. Ja, lass ballern jetzt. Ja, wir ballern. Ja, ballern jetzt alle weg. Bitte. Ja. Ich geh auf den Glockenturm. Oh, nee, da ist schon jemand da. Motivation. Ja. Wir sind kaum verteilt. Hallo, ich bin schon tot! Wie, warum bist du denn tot, Hauptnah? Ich weiß es nicht. Ich hab mich abgeballert. Was soll das? Er hat geballert. Ich komm zu dir. Ich rette dich jetzt, Hauptnah. Das ist jetzt meine Mission. Erstmal loot ich kurz zu Ende. Hallo! Hier sind tausend Leute halt. Aber ich bin gleich bei dir. Ist noch jemand da? Nee. Schade. Guck mal, wie kacke der Skin ist, wenn man so am Boden liegt. Dein ganzer Arsch leuchtet, Alter. Du bist wie so ein LKW gerade. Hallo, gib mir jetzt mal ein bisschen von den Tränken. Ich krieg auch ein großes Weizen. Wir müssen uns zaufeile Gegner. Großes Weizen erstmal, schön. Toberast. Direkt aus, direkt voll retard. Wir trinken jetzt einfach ein großes Weizen. Okay. Gut. Hier sind noch Verbänder. Haben wir jetzt noch Verbänder? Ja? Mach mir! Ja. Würde ich mal wilden jetzt so sagen. Ja, du rennst einfach wild rum. Ja, ja. Wie lange du wild wild bist, sie bist ... So lange du wild bist, ich bin ein richtiger kleiner Wilderker. Ja, du wild wilde wild. Wild, 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 wild. Ich weiß eigentlich nicht, wo jemand ist. Hallo. Hört auf mich zu mobben. Da drinnen in dem Gebäude im Osten sind auch welche. Okay. Sollen wir rein? Ich habe gerade einen gekillt. Newton, mein Hauptmann. John Wick Kommando. Aber er hat in einem Hintergrund eigentlich gerade gestöhnt. Das war ich. Richtig heftig. Wir sind zwei Gegner. Was denn? Die hier mitgenommen. Ey, wir klären da wirklich gerade. Was ist da los? Wir haben noch nicht mal einen Gegner gesehen. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Was bin ich für ein Tier? Ich habe dir hart den Asch gerettet. Nee, ich hätte den gehabt. Kannst du dich mehr gönnen? Oh, den will ich. Für später. Wie, bis später? Was? Was hast du gerade nur verstanden? Gönne ich mit an dir. Wir haben gerade ein paar Leute getötet. Bis später dann. Tolle Zeit gewesen. Braucht ihr Bandages oder Minishilder? Also, Start ist Clear. Okay, geil. Also erstmal aufs Patch. Warte mal. Ja, ist Clear. Aber ich gucke nochmal. Ist Start ist Clear? Alle direkt dumm werden. Wer hat uns Shotgun geballert? Ist Start Clear? Nee. Ist Start Clear? Wo gehen wir hier? Ich fliege in die Zone. Stegi? Ja. Stegi? Ja. Stegi? Ja. Stegi? Hi Leute. Hi, na? Ich wollte gerade. Ich dachte ich bin die ganze Zeit ungemutet. Was ich sagen wollte ist. Nein Hauptner du hast mir nicht den Arsch gerettet. Du hast mir den Kill gesteilt. Ich hätte den auch noch bekommen. Ja. Hätte ich echt? Ja. Ich bin einfach nur da gerade auch. Ich mache gar nichts. Null Kills. Ich habe nicht mal Leute gesehen. Ich habe nur Hauptner gerettet. Das ist so mein einziges Achievement in der Kack Runde jetzt. Deswegen. Deswegen hast du mich gerettet. Weil ich die Nummer 1 bin. Da braucht jemand. Ahhhh. Ja? Äh. Das nennt mich halt wirklich einer weg. Wer poppt hier nicht zu? Danke. Ich konnte nicht bauen. Ich konnte nicht bauen. Ah moin. Er gibt mir einen Header. Jungs. Hab ich. Und noch mal mehr. Den anderen habe ich auch. Hab ich. Ja mach weiter. Mach weiter. Ja ja ja. Finde ich mich jetzt ernsthaft? Geil. Och man. Alles. Habe einen. Direkt weg alter. Für den Finietsch. Hab den auch? Och haupte du Penner. Was denn? Ich renne durch alle Arzt. Oh man. Ohne Scheiß. Wenn ich noch mal in Österreich bin. Ich tank den ganz ficken Benzin weg. Ich tank dein Leben. Ich tank dein Leben weg. Ohne Scheiß. Fick sei. Das war meine fucking killst du. Amenakudum. Ich habe keine Ahnung was ich gesagt habe. Jetzt sind wir Toro verloren. Schaut mal. Ich zeige euch was anderes. Weißt du was? Weißt du was? Du bist ein Loser. Alter. Nein du. Nein du. Mit euch Runden zu spielen ist echt schrecklich. Oh man. Let's go. Ey das Lied ist echt cool. Das ist echt cool man. Da kann man abgehen. Ich duck mich hin nochmal. Ich duck mich hin nochmal. Ja. Let's go. Wir sind frei. Bestes Team. Immer noch nötig. Party. Was geht? Ist dir gerade im Baum abgebaut worden? Ist dir gerade im Baum abgebaut worden? 15 oder? Doch. Oder 16. Wir sind 16. Da ist auf jeden Fall gerade ein Baum niedergegangen. Sind die relativ nah bei mir? Ja ja. Weiter rechts von dir. Guck nach osten. Guck nach osten. Oh ich seh ihn. Haha sind die dumm. Die laufen einfach vorbei bei uns. Ich höre es nicht. Der schießt mich вижу ab man. Just du mal umgeholt. Oder verballert mich nie wieder ab. Oh man, da pusht er rein. üsG disproportionately Leute, Leute. Mann, ey, ich bin, ich bin noch nicht mal losgelaufen, wir sind schon wieder alle tot, ey, was ist das für eins? Hallo, ich bin dabei, willkommen bei meinen Aufnahmen, ich bin manchmal bei geilen Sachen dabei, deswegen gucken die Leute in meinen Channel. Hey, wenn ihr noch mehr geile Aufnahmen sehen wollt von anderen Leuten, die mit mir spielen, dann schaut doch einfach weiter auf meinen Kanal vorbei. Vor allem, wenn wir jetzt echt nicht aufnehmen, ne? Das ist halt wirklich, ihr hasst jetzt so euer Leben ab, haupt, das stirbt achtmal und dann die ganze Zeit, rätst du mich, rätst du mich, rätst du mich, rätst du mich? Ich möchte disconnecten, ich möchte tatsächlich jetzt einfach die Runde disconnecten und einfach sagen, ja, wir hätten eh gewonnen, ich hätte nichts geleistet und dann wäre auch nicht schlimm gewesen. Ich bin dabei, ja. Für mich riecht es gerade so, als würde ich irgendein Haus abfackeln. Was? Was ist das für der Info? Was ist das für der Rand in den Kopf? Irgendein Haus, ja. Regi hat die Finger aufgeschnitten, bei Hauptner brennt Haus ab. Fortnite, good karma, what's up? Ich leg einfach Feuer, weil ich sie tun bin. Ich habe nur 150 Holz Stegi. Ich habe 270, das ist auch nicht viel. Ihr habt 80, Mann, was ist los? Ihr habt Bäume fällen, what the fuck? Ja, Stegi, du grabst dir den ganzen Loot immer. What the fuck, wer hat die Kills gemacht? Wie viele Kills hast du? Acht. Oha. Das war ein Spaß. Das war 7. Das ist ja toll, was ist das für eine Aufnahme? Was? Du hast 7? Ja. What the fuck? Ich habe 3. Ja, ich war dabei. Ich sehe Gegner, Nordosten, zwei Leute. Wo denn? Hier unten, oder? Nee, hinter dieser Holzhütte da. Hinter der Holzhütte? Ja, der Hohn. Der Hohn. Ja, dem Berg da halt. Liegt's vom Turm. Ah, okay. Sag die Himmelsrichtung, danke. Nordosten, das habe ich gesagt. Du bist so ein Asi, Alter. Ich bin die Nummer 1. Ey, ich schwöre, ich laufe da jetzt einfach mit rein. Aber wenn ich draufgehe, mir ist das egal. Ich habe nichts geleistet. Ich will wenigstens mal nah an dem Gegner dran sein. Ich bin die Nummer 1. Ach, du heilige Mutter. Reinhard, einen Headshot. Du bist einfach, du stehst einfach hier. Aus. Achtung, Jungs. Noch einer an den Hit. Loin, wie ich hitte. In rechten Tower hat einer einen Headshot, also ist niedergestreckt. Oder fliegt auch eine Nate. Oh, oh, Granat, japa. Jetzt rechts, jetzt rechts, Mann. Die Nummer 1 pusht. Links ist nieder auch nicht niedergestreckt. Rechts und links ist einer nieder... Okay, rechts ist geholt, glaube ich. Als ob er da so rein pusht, Alter. Aber die sind echt laut. Hauptner, zu S-Links bitte. Hauptner, S-Links, bitte. Hauptner, S-Links, okay. Ja, ich check schon, ich check schon. Perfekt. Hallo, ich bin tot, ich bin tot. Nee, ich hab alles... Schön. Ich bin tot, ich bin tot. Ich habe alle... Ich bin die Nummer 1. Ist da noch einer drinnen drüben? Nee, nee, alle sind tot. Mann, das kann nicht euer Ernst sein. Weißt du, was ich darauf sage? Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Da ist er. Hä? Woher denn ist der? Nein! Da ist der direkt niedergestreckt worden. Help! Hab sie. Ach, Mann, ich hab nicht mal was gerissen. Ich... Achtung, Armbrust auf euch. Armbrust auf euch. Soll ich... Ich baue. Der ist da draußen. Ja, nice, Dino. Aber guck mal. Hä? Das hat nicht geklappt. Das hat nicht geklappt. Ich bin die Nummer 1. Sonst lass ich ihn doch fertig machen. Da, 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 da. Ich heb dich auf, Freddy. Bei mir ist keine Animation. Ich mach aber, glaub ich. Machst du aber? Okay. Ich lieg einfach seit 20 Minuten. Ich weiß nicht mehr, was los ist. Die Nummer 1 ist hier. Ich guck dich nicht mal an. Ich guck dich nicht mal mehr an, Alter. Ich hab's gerade probiert und ich bin direkt drauf gegangen. Das ist so schlimm gewesen für mich. Ey, ich seh'n Gegner. Ähm, Westen. Deuter Westen. Ich will einfach nicht mehr. Da war ein Drop eben. Da, wo jetzt jemand so ein bisschen Holz baut, da ist einer. Nein, ich seh'n, ich seh'n. Aber hast du, äh, der ist jetzt oben. Ah, ne, ist jetzt hier. Ey, der hintere hat Hit. Sniper Hit. 140. Ich schrieg's wieder. Wollen wir die pushen? Ja, pushen. Hier, komm. Jungs, wir pushen. Also einer ist richtig low von denen. Ach nein. Hör auf zu tanzen! Der hat auch Hit. Was bin ich für ein Snipergott? Hinten am Steinmauer hat auch Hit. Also mit Goldener Arbe. Ich pushen. Hätte er jetzt richtig geklaut ist bei mir, oder? Ja. Ah ja. Hab einen. Aber ich bin recht lau. Oh Mann. Tumme, ich kette. Let's go! Wow! Mann ey. Wupp, wupp. Und er in der Mitte. Oh, was für eine schreckliche Zeit hier. Hat jemand blaue Tränke von euch? Bitte was? Ne, leider nicht. Ja, einer. Liegt. Okay, danke. Wie viele Kills? Zehn. Ich hab ein bisschen aufgeholt. Ich hab sechs. Sagen wir, letzter Kill muss diegel? Ja, Baut, Südwesten, Baut, lass pushen. Ist das auch uns? Ne. Doch, doch. Hat Hit. Äh, oh Gott. Ich kann die Zahlen hier zusammenrechnen. Hat 30, ich glaube hier hat er noch oben. Mega, krass ey. Der rafft ja gar nichts. Der Ende ist down. War das der, den ich hatte? Ne, war das noch nicht, ne? Hab einen. Oben ist ein An. Ist noch keiner. Ja, ich pushe den gerade, der ist hier drinnen. Let's go. Die Nummer eins. Was war das bitte für eine kranke Runde, alter. Das war ja echt einfach nur... Ich bedanke mich für den Kill. War gut. Ja. Leute, ihr wisst ja, muss nicht gute Quality sein. Wenn man gut ist, wir sehen uns. Hau da rein. Elf. Wie viel hat Freddy? Zwei. Ich hab zwei. Einen. Oh man, alter. Tschüss. Haut rein. Ich shoppe einen vorbei. Ich muss verlegen. Leckeres Mimo. Was für eine Kackrunde.